Die Beziehung von Florian Silbereisen und Beatrice Egli ist seit jeher ein Paradebeispiel für wahre Liebe und gegenseitigen Respekt. In letzter Zeit sah sich Beatrice jedoch vermehrt ungerechtfertigten Angriffen und Kritik ausgesetzt. Florian, bekannt für seine Loyalität und Unterstützung, trat mutig hervor, und seine Partnerin zu verteidigen. Diese Geschichte zeigt nicht nur die Stärke ihrer Liebe, sondern enthüllt auch eine Überraschung, die die Fans am Ende rühren wird. Die Welle der Kritik traf Beatrice Egli, eine der strahlendsten Sterne der deutschen Musikszene, unerwartet. Sie hat sich immer durch ihre Professionalität und ihr herzliches Wesen ausgezeichnet, doch in den letzten Monaten wurde sie Zielscheibe ungerechtfertigter Kritik. Es war schmerzhaft zu sehen, wie hart sie angegriffen wurde, sagte Florian in einem Interview, Beatrice gibt immer ihr Bestes, und es tut weh, solche negativen Kommentare zu lesen. Florian Silbereisen, selbst ein gefeierter Künstler, konnte das nicht länger mit ansehen. Es kam der Punkt, an dem ich wusste, dass ich etwas sagen musste, erklärte er. Beatrice verdient es nicht, so behandelt zu werden. Sie ist eine unglaubliche Frau und eine außergewöhnliche Künstlerin. Florian entschied sich, öffentlich Stellung zu beziehen und die Wahrheit über Beatrice und ihre Arbeit zu erzählen. Um seine Partnerin zu verteidigen, organisierte Florian eine Pressekonferenz. Die Medien waren gespannt, was er zu sagen hatte. Ich stehe heute hier, und klarzustellen, dass die Kritik an Beatrice ungerechtfertigt und falsch ist, begann Florian entschlossen. Sie ist eine der härtesten Arbeiterinnen, die ich kenne. Ihre Leidenschaft für die Musik und ihre Hingabe an ihre Fans sind unübertroffen. In seiner Rede betonte Florian die vielen Opfer und Anstrengungen, die Beatrice täglich auf sich nimmt. Sie arbeitet unermüdlich, und ihren Fans das Beste zu bieten. Ihre Liebe zur Musik und ihr Engagement sind inspirierend. Beatrice ist nicht nur eine Künstlerin, sie ist auch ein Mensch mit Gefühlen und Träumen. Es ist unfair, sie so zu behandeln. Die Pressekonferenz hatte sofortige Auswirkungen. Viele Medien griffen Florians Worte auf und berichteten positiv über seine leidenschaftliche Verteidigung. Florian Silbereisen verteidigt Beatrice Egli ein wahrer Liebesbeweis, titelten einige Zeitungen. Die sozialen Medien wurden von Unterstützungsbekundungen für das Paar überschwemmt. Danke, Florian, dass du Beatrice verteidigst. Sie hat unsere Unterstützung verdient, schrieb ein Fun. Doch das war noch nicht alles. Am Ende der Pressekonferenz enthüllte Florian eine Überraschung, die alle Anwesenden tief berührte. Ich möchte diesen Moment nutzen, und etwas Besonderes anzukündigen, sagte er. Florian zog einen kleinen Schmuckkasten aus seiner Tasche und öffnete ihn. Darin befand sich ein wunderschöner Verlobungsring. Beatrice, du bist die Liebe meines Lebens. Willst du mich heiraten? Beatrice, sichtlich gerührt, brach in Tränen aus. Ja, Florian, ich will, antwortete sie unter Tränen. Die Anwesenden applaudierten und jubelten dem Paar zu. Es war ein magischer Moment, der ihre Liebe und ihren Zusammenhalt auf die schönste Weise zeigte. Ich bin so glücklich und dankbar, dass Florian immer an meiner Seite ist, sagte Beatrice später. Seine Unterstützung bedeutet mir die Welt. Die Fans reagierten begeistert auf die Verlobungsnachricht. Herzlichen Glückwunsch, Beatrice und Florian. Ihr seid ein wunderschönes Paar, schrieb ein Firma auf Twitter. Wir sind so glücklich für euch, fügte ein anderer hinzu. Die sozialen Medien waren voller positiver Nachrichten und Glückwünsche für das Paar. Eure Liebe ist inspirierend. Wir wünschen euch nur das Beste. Florian und Beatrice haben erneut gezeigt, wie stark ihre Beziehung ist. Florians mutige Verteidigung und der anschließende Heiratsantrag sind ein Beweis für die tiefe Liebe und den Respekt, den sie füreinander empfinden. Es ist wichtig, dass wir in schwierigen Zeiten füreinander da sind, sagte Florian. Unsere Liebe und unser Zusammenhalt sind unerschütterlich. Das Paar plant nun ihre Zukunft gemeinsam und freut sich auf die bevorstehende Hochzeit. Wir können es kaum erwarten, diesen besonderen Tag mit unseren Freunden und unserer Familie zu feiern, sagte Beatrice. Es wird ein Tag voller Liebe und Freude. Florian fügte hinzu, unsere Reise hat gerade erst begonnen und wir sind gespannt auf all die schönen Momente, die noch vor uns liegen. Die Geschichte von Florian Silbereisen und Beatrice Egli hat gezeigt, dass wahre Liebe und gegenseitiger Respekt alle Herausforderungen meistern können. Ihre Beziehung ist ein Beispiel für Stärke, Hingabe und unerschütterliche Unterstützung. Die Fans können sich darauf freuen, die inspirierende Liebesgeschichte des Paares weiter zu verfolgen und mehr über die besonderen Momente zu erfahren, die ihre Beziehung so einzigartig machen. Mit ihrer Offenheit und ihrem Mut, ihre Liebe und ihre Herausforderungen öffentlich zu teilen, haben Florian und Beatrice erneut gezeigt, dass wahre Liebe jede Prüfung bestehen kann. Die Vorfreude auf ihre gemeinsame Zukunft und ihre bevorstehende Hochzeit hat ihre Beziehung auf eine neue Ebene gehoben und zeigt, dass ihre Liebe alle Herausforderungen meistern kann.